Willkommen zurück zu God of War. Ja, wir sind hier stehen geblieben in der Höhle. Ja, wir sind in die Höhle gestiegen, wo das Gesicht zu sehen war im Berg. Und ja, wir haben das Rätsel gelöst. Wir mussten hier zwei Kristalle haben, die dann anschießen, mit Atreus, Lichtpfeilen, das Ganze hier zusammenschieben mit dem Ding, um herauszufinden, was wir hier reinschreiben müssen, um diese Tür anzeigen zu lassen. Und da gehen wir etwa durch. Wär, glaub ich, ein bisschen schöner, ne? Jetzt durchqueren wir die dunklen Höhlen. Naja, wie man es denn nimmt, ne? Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen, Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Höhle, die Völk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt Riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur eine. Also, ich werde alle kaputt schlagen, die hier so aussehen, wie diese ganzen Monster. Die anderen hier, die werden ja garantiert nicht wieder auferstehen. Die sind wirklich tot. Oh, Backe. Wer kommt da denn jetzt? Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Oh Gott, wo müssen wir jetzt lang? Ich bin soweit. Ich bin soweit. Okay, hier kommen wir nicht mal weiter, scheinbar. Oder? Oh doch. Okay, gut. Kommen wir doch weiter. Hier ist einfach nur eine Truhe. Mit Hacksilber. Und was ist hier? Oh. Eine Schuppenarmschiene der Konzentration. Okay. Der Konzentration. Schuppenrunens Schulterpanzer. Dann nehme ich auch mal die Schuppenarmschienen der Konzentration. Der Konzentration ist was? Okay. Gibt es noch mehr Schuppenarmschienen? Okay, Rudern. Oh, minus 13. Heftig. Aber die Abwehr wird ein bisschen gesteigert. Und die Abklingzeit, die wird etwas... Oh, die wird um das gleiche erhöht wie bei den Runen abgeschwächt. Okay. Nehme ich mal aber trotzdem. Mal schauen, was die uns so bringt. Außer optisch gut auszusehen. So, dann geht es hier weiter. Rathos haut den Stein immer wieder weg. Noch eine Wiedergängerin. Noch eine Wiedergängerin. Immer hier, kommt auf! Noch eine Einzelne. Kommen! Noch nicht bereit, leider. Also, das war eine notch. Jetzt. So, die hier ist gleich Geschichte. So. So, jetzt aber. Jetzt auf jeden Fall ist sie tot. Ja. Und hier sind auch wieder ein paar Runen. Ja, toll. Hat ja auch sehr viel gebracht. Ich wollte schon schauen, ob das was bringt, aber tut es nicht. So, hier ist ein Rad und da oben ist noch ein Rad. Hier muss dann irgendwo noch ein drittes Rad sein. Aber für welche Truhe? Wie kommen wir weiter? Ah, okay. Aber hier muss noch irgendwie was drittes sein. Da ist einer und da ist auch einer. Bin ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen blind oder warum sehe ich nur zwei Sachen? Es gibt doch mal drei. Ah, warte mal. Da hinten. Da hinten ist noch ein Rad, glaube ich. Aber da kommen wir gerade nicht so wirklich hin. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Müssen wir runterspringen? Nee, es geht nicht. Gut. Gut, okay. Achso, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Okay. Gut. Wir werden die Runde. Dann geht es noch. Wir werden die Runde. Wir werden runter. Ich bin jetzt mit dem Schritt. Aber das ist ein Rad. Aber du hast ein Rad. Was ist das? Du hast ja in die Runde. Wo läufst du denn ganz hin, Kratos? Hupala. Ja, wenn ich jetzt wüsste, auf was für eine Truhe gehen müssten. Ich kann ja nicht erahnen, was ich für Runen brauche, wenn ich nicht weiß, was es für Runen benötigt. Ja, also ich weiß nicht genau. Ach, da ist noch ein Christoph. Woher hast du das gewusst? Hat man gesehen. Vielleicht ist da oben irgendwie... Ja, da ist die Truhe, aber da ist kein... Da ist aber nichts zu sehen. Hm. Das ist wohl ein Geheimnis, was man für Runen braucht. Das ist wohl ein Geheimnis, was man für Runen braucht. Deswegen tötet ich die Teile immer. Weil ich nicht weiß, ob die wiederum angreifen können oder nicht. Wo? Ich hab sie doch alles getötet gerade. So. Bin ich aber immer noch nicht schlauer als vorher. Ja, und jetzt hab ich auch geschnallt. Wir müssen hier für diesen Ding... Wir brauchen ein Kristall, damit das lesbar ist. Das hab ich jetzt auch geschnallt. Aber wo kriegen wir jetzt einen her, den wir einfach mal abmachen können? Okay, war ein Versuch. War ein Versuch wert. Um... Um... Ja, also da habe ich echt keinen Schimmer. Was für Runen wir brauchen? Ist auch irgendwie gemein. Okay. Ne, das bringt jetzt leider nichts. Dann laufen wir jetzt weiter. Gehen wir zum nächsten. So, den kill ich auch. Okay. Was war das gerade? Was war das gerade? Hoch die Tassen! Hm. Ja. Ja, also einige von denen sind noch aktiv. Perfekt gemacht. So. Noch mal hier durch. Meine Güte sind das viele Tote hier. Boah, ich hasse das. Ganz schön viele Leichen. Ja. Da mag ich ungern hingucken. Oh, auch noch so ein Skelett. Oh, nee. Auch noch, oh. Sag mir, sag mir, was du siehst. Sag mir, was du siehst. Na ja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Prächtig. Die war auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja. Zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die ihr tot bleiben. Na ja, wer weiß, ob sie wirklich alle Fallen ausgelöst haben, ne? Oh. Jetzt sind wir hier. Wir sind drüben. Perfekt. Ist doch schön. Wie ist es? Ja. Oh, das ist Dörratro. Einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Byrtenheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Junge. Karten. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Yo. Mach die Karten kaputt. Ähm. Ja, den machen wir auch mal hier. Obwohl der, glaube ich, gar nicht mehr was nützt. Aber gut. So. Hier haben wir nochmal die Truhe, die wir eben gesehen haben. So. Okay. Da ist aber nichts mehr an. Energie. Aber das brauchen wir jetzt gerade. Ich sehe gerade, das brauchen wir auch gerade gar nicht mehr. Ich habe noch genug Energie. So. Dann gehen wir mal durch die Tür. Ja. Ja, eigentlich schon mehr. Nicht noch. Boah. Wow. Bäm. Boah. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass Kratos so brennen kann. Gut. Gut. Die Tür ist jetzt zu. Wir müssen in die Richtung. Aber was haben wir hier vielleicht noch? Boah. 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 So. So Okay, da kommen wir jetzt leider nicht hin. Das ist ja schade. Gut, dann müssen wir nach oben. Oh. Kreisleer, das heißt Schrecken. Okay. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Wackeln angezogen? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ähm, ich wollte eigentlich nicht runter, aber wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ach so. Ah, okay. Das ist einfach nur die andere Seite. Ein anderer Weg einfach nur. Oh, warte mal. Ich habe gerade was gesehen, was sehr gut möglich, was sehr gut helfen könnte. Okay, okay, gut oder nicht. Ich habe gedacht, das würde vielleicht dabei helfen, das Ding da kurz zu hauen oder so. Gut oder nicht. Ja. Ich möchte schon ganz gerne in diesem Part das schaffen, auf den Punkt des Berges zu kommen, wo wir hin müssen. So, was ist hier? Das können wir nicht kaputt hauen. Okay. Wow. Herz des Berges. Ach so, das war das Tor. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Geräusch, was hier jetzt gerade zu hören ist. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Ach so, meine Güte. Boah, ist das hier viel. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht lang. Okay. Da auch nicht. Ja, aber ich schaue mir gerade mal an, was hier alles generell so ist. Nicht, dass wir gleich irgendwie überraschenderweise angegriffen werden oder so. Da ist so eine kleine Kralle. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Oh nein, das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ja. Ich weiß. Tut mir leid. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh nein, du bist nicht. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh nein. Du bist nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Ah, nee. Ich weiß nicht mehr. Hau. Oh nein. Wo ist es denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verdammt! So, wow! Das ist ja nicht mal ein Schub! So! Den mach ich auch mal kaputt! Oh, da ist ein Weg! Ähm... Jawohl! Das ist lustig! Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Gürtner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht, aber das Mauerwerk eindeutig Gürtner. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Oh, das hört sich ja an hier, das Zeug. Irgendwo... Oh, das ist ja ein heftiges Geräusch hier. Ja, also der Meinung bin ich auch, dass das hier generell von... Generell ist das von den Gürtnern, aber... Der ganze Rest ist von den Zwergen gemacht. Haben die uns verirrt? Nee. Die haben ja generell sehr viel Technologisches gemacht. Okay, dann müssen wir hier doch... Warte mal. Nee, okay. Dann müssen wir jetzt doch da durch. Und dann müssen wir da durch. Hier ist ja noch mehr von dem Zeug. What? Wie kommt denn der hier plötzlich her? Okay. Gehen wir's an. Das ist sehr heftig. Wo kommt denn der plötzlich hier, der alte Brock? Sieht auf jeden Fall heftig aus, was ich hier finde, was ich hier kaufen kann. Warte mal. Brust. Metall-Schulter-Schutz. Der sieht... Der sieht auf jeden Fall optisch alles sehr, sehr geil aus. Ähm... Ja, verbessere ich jetzt was? Oder... Lass ich das so sein? Das weiß ich gerade gar nicht. Was soll's sein, Jungchen? Ja, ich kann dir aber leider nix geben, Atreus. Das ist echt doof. Was hast du vergessen? Ich hab nix vergessen. Bin ich jedenfalls der Meinung. Glück. Okay. Vitalität 6, Stärke 2. Armrüstung. Da können wir auf jeden Fall was... Oh, da können wir was verbessern. Ähm... Stärke ziehen. Ach, mach, mach. Damit sollten alle Körperteile dranbleiben. Hahaha. Das hoffe ich doch, oder? Ich möchte schon gerne unseren Kleinen etwas gönnen, aber das geht leider nicht. Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Hm. Gut. Also... Doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Äh. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Hier. Oder auch nicht. Kann man da durch? Nee, hier müssen wir lang. Noch mehr fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Also ich würde ja schon gerne da, was da oben ist, neben, ne, aber... Hä? Wo ist denn der? Ach, da. Ja, der ist so klein. Der ist so klein für uns. Und wo taucht er gleich wieder auf? Oh. Wenn man weiß, wie die Falle zu schnappt. Ja. Das dauert dann ja doch etwas... Länger. Ja. Wow. Wow. So. Was ist das für ein Viech? Was ist das für ein Viech? Was ist denn das hier? Okay, das scheint mir nicht gefährlich zu sein. Dann ist er gut. Okay. 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 Das. Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. es klappt so und das war der wagen das sehe ich fertig warte mal das korn auf vielleicht ich wollte eigentlich nicht hoch ich wollte das ding mal wieder ganz kleine stückchen nach hinten bewegen stopp 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 danke so das kann uns denn nicht generell weiterhelfen erst mal gucken was hier alles so ist hier sind da noch mehr ja 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 So, das Ding ist weg. Nein, ich will da nicht wieder runter. Erstmal nicht. Meine Güte. Ach nein, das wollte ich nicht. Ach, toll. Na ja, gut, dass ich das Ding hier untergemacht habe. So. Und da kommen gleich noch mehr. So. Okay. Okay. Hier ist eine Truhe. Die holen wir uns mal kurz schnell. Yeah, Schuppenwürfschutz. So. Jetzt müssen wir hier lang, höchstwahrscheinlich. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen die Truhe öffnen. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Warum kann ich die Kette nicht machen? Funktioniert! Das spüre ich mal kurz. Ah. Gut. Dann schieben wir das Ganze mal. Nein, 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 nein. Hier wollte ich hin. Und mal schauen, ob wir es... Er ist da vorne. So, hier ist auch eine Truhe. Hacksilber. Ne, ein Falkenflug. Wohnenbeschwörung. So, das können wir aber... Nein, ich will jetzt noch nicht wieder runter. Ich will ja weiterschauen. Okay. Okay. Das Heid klemmt noch unter dem Felsen. Wir sollten ihn wegschieben. Geht auf jeden Fall nicht weiter. Hm. So. Kratos, lass deine Muskies. Deine Muckies spielen. Na los, Kratos. Das schaffst du. Und jetzt schwapp. Geschafft. Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Yeah. Wow. Ach so, ich wollte gerade sagen, ein Steinmonster kommt jetzt. Ich kann doch nicht. Ich bin bereit, sofort. Ah, warte mal. Was ist Fata? So! Komm schon, ich will! Oh Mann! Ich wollte da gerade aufzeigen! Von der rechten Seite! Die Rechte! Ich bin noch nicht so weit! Ja, so geht's! Da! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Woah! Scheiße! Mist! Ich bin gleich tot. Vorsicht! Hinter dir! Nur noch zwei! Duster! Ich kann leider! So! Sauber! Toll! Duster! Mist, das wird echt ganz schön knapp und ich möchte das nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Ach! Da! Ein bisschen Energie. Gut, weiter so! Scheiße! Woah! Oh! Oh! Das mache ich auf jeden Fall noch mit dem Kampf und danach halten wir auf. So! Tupala! Ach! Ich kann nicht treffen doch! Tupala! No! Tupala! Tupala! Das schaffen wir auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall schaffen. So, und jetzt R3. Und das Ende von dem Kerl. Boah, Tui. Frostflamme. Juhu. Was ist das denn? Der Fluss aus Messern. Ein schwerer Runenangriff. Okay. Perfekt. Ja, ich wollte es eigentlich schaffen, den Part, den Berg zu erklimmen. Aber wir müssen das eventuell noch verschieben. Nein, nein. Ich will das jetzt machen. Ich will das jetzt schaffen. Ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Und wo ist der Haken? Der Haken war doch irgendwo hier zu sehen, oder nicht? Wo ist der Haken jetzt? Hä? Bin ich jetzt... Jetzt bin ich verwirrt. Der Haken war doch irgendwo hier noch, oder nicht? Der ist jetzt weg, oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Weiß ich jetzt leider auch gerade nicht. Müssen wir da jetzt da hochklettern, oder was? Nee, es geht nicht. Hä? Hä? Hier war doch irgendwo dieser Haken. Wo ist der jetzt abgeblieben? Das verwirrt mich jetzt sowas von. Ah, noch mal wieder nach oben. Wir haben die Kreise. Es passt. Das ist perfekt. Yes. Und jetzt? Und jetzt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe rein gar nichts mehr hier. Hallo? Was genau hat das Ganze jetzt gebracht, Leute? Was hat das Ganze jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht? Aus meinen Augen rein gar nichts, aber gut. Ja, ähm... Ja, dann sagen wir doch mal, dass das Ganze jetzt hier endet. Nochmal das hier begutachten. Ja. Scheinbar. Mal wieder. Ja. Dann müssen wir hier mal Schluss machen. Keine Ahnung, wo das... Warum es jetzt nicht weitergeht. Ich hab keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Ich hab gedacht, das würde jetzt irgendwie schlüssig weiter funktionieren. Aber dann doch irgendwie nicht. Okay. Mal schauen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Ich sag auf jeden Fall schon mal danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dafür lassen könntet für diesen Part. Falls es euch gefallen hat. Oder, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, kein Let's Play, dann lasst doch gerne auch ein Abo da. Und wo gehen wir jetzt hin? Diejenigen, die das Spiel schon gespielt haben und hier gerade zuschauen, vielleicht seid ihr so gütig und mir, äh, ja, gebt mir einen Tipp irgendwie. Ich hab echt keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich wäre wirklich für jeden Tipp sehr, sehr dankbar. Ich danke dafür schon mal. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Part und, ja, vielleicht, ja, entweder schaffe ich das auch so oder ihr habt mir geholfen. Bis dann.